Musik Das gefällt mir ja unglaublich so schön Musik Liebe Leute, guten Morgen aus Somerset West Ich bin hier noch vor der Somerset Lodge, fahre jetzt gleich los zum südlichsten Punkt Afrikas Die Sonne scheint, was für ein Gefühl, Temperatur super super angenehm, kann ich jetzt nicht sagen, ich schätze mal 18, 19 Grad Ich habe einen neuen Sitz, die XTZ Super Tenere 1200 von Yamaha Ich freue mich auf einen wunderbaren, regenlosen Tag auf dem Motorrad, viel Spass Ich hatte den Sir Loris Pass gestern zum ersten Mal befahren, eigentlich wäre er auf der ersten Rundtour dabei gewesen Ich hatte da nicht aufgenommen, weil das Wetter doch echt scheisse war Aber die Aussicht von oben war extrem geil da über die ganze Bucht Ich werde da jetzt nochmal kurz hochfahren, das sind ein paar Kilometer Und dann auf den normalen Track Richtung südlichsten Punkt Afrikas in Angriff nehmen Ist doch hübsch die Sicht Mit der Bucht von The Strand Die zieht sich eigentlich rüber bis ans Kap der guten Hoffnung So, das war Sir Loris Pass Das Viewpoint Schauen wir nochmal, wie das fahrenderweise ausschaut Der macht auf ein paar Kilometer diese 450 Höhenmeter Ist schon hübsch diese Aussicht Ist echt eine hübsche Küstenstrasse hier Das ist mein Traum Irgendwie bin ich nicht so sicher Wie ernst man die 70 nehmen soll, die da ausgeschildert waren Mal als letztes Aber die meisten Autofahrer halten sich dran Ich könnte jetzt da gerne schneller Ein Planschbecken Sehr hübsch Schön, wie man jetzt am anderen Ende der Bucht das Kap der guten Hoffnung sieht Das ist eine riesengroße Bucht hier Und Kapstadt sitzt quasi am oberen Ende da Dieser Landzunge, die ins Meer, das Kap, das ins Meer hinausragt Echt viel Wind wieder hier Aber jetzt auf der grossen Maschine bin ich da doch einiges besser geschützt vor Es ist schon viel viel mehr Komfort Und auch ein bisschen mehr Power unterm Arsch Am ersten Tag bin ich schon hier lang gekommen In der anderen Richtung Und da war ich dann doch mal überrascht Genau da, weil ich mal Gas gegeben hatte Da waren dann ein paar Paviane auf der Strasse Da werde ich mich jetzt auch eher mal drauf achten Ah, schau her Da haben wir noch mal ein paar welche Bye, bye, Baby Ein paar wenige Kilometer weiter Bei Bettis Bay bekam ich dann endlich Ein paar müde Pinguine zu Gesicht So, da beginnen mal die ersten Unbefestigten Kilometer auf der XTZ 1200 Mal gucken wie die sich macht Wobei ich meine unbefestigt Wobei ich meine unbefestigt Okay, da sind ein paar Schlaglöcher Hübsch hier Die ersten Meter Auf der 1200er Yamaha Unbefestigt Problemlos Schaukelstuhl Beim Sportmodus Ist die schon ziemlich nervös Ich hatte noch ein paar Bedenken Ich hatte noch ein paar Bedenken Wegen dem Regen Wie trocken diese Pisten sein mögen Aber alles Bestens Keine Pisten Nichts da Ah, das ist schön Jetzt gefällt mir Speziell die Häuschen hier Mit dem Stroh dessen Ich denke mal das ist Stroh Ganz speziell Ach, sind die Leute freundlich hier Bloß noch 40 Kilometer Okay Echt geil, das ist so schön Hier ist alles unter Wasser Ich bin mir nicht ganz sicher Ob das jetzt vom Regen gestern Oder die letzten Tade ist Oder generell hier im Sumpfgebiet ist So, das Mermaids Guesthaus Sieht doch hübsch aus Nach einem kurzen Stopp im Guesthaus ging es die letzten paar Kilometer dann Ohne Gäste Gepäck zum Cape Aguilas Gepäck zum Cape Aguilas Gepäck zum Cape Aguilas Da fehlen mir jetzt noch 100 Meter Die schaffe ich jetzt auch noch Yes Der südlichste Punkt Afrikas Nun das Wasser Das macht mich jetzt nicht an da einzuspringen Überhaupt nicht Noch mal ein bisschen der Sonne entgegen ans Wasser Einmal Wasser vom Atlantik Ja, dass es angenehm war Dann schauen wir mal an Wie das Wasser vom Indischen Ozean sich so anfühlt Hier noch einmal das Wasser vom Indischen Ozean Aha Gerade mal Indisch geduscht Ja, es ist ja auch schön Mal wieder Sonne im Gesicht zu haben Ach, wie habe ich das vermisst die letzten Tage So, das glaube ich war's dann Mal noch ein Bild von mir mit der Yamaha Guten Morgen Guten Morgen, liebe Leute Ich verlasse jetzt Strüß Bay Fahre jetzt weiter östlich ins Hinterland von George oder Muscle Bay Es wird bestimmt die ersten paar Kilometer eher flach werden Und dann erhoffe ich mir doch einige wunderbare kleine Gebirgsstrassen die nicht befestigt sind Juhu Mal wieder unbefestigt Weil das einfach geil zu fahrende Fiesstrassen sind Das Einzige, da sind ein paar Löcher drin Aber sonst kann man da echt rüberfetzen Soll's vielleicht nicht übertreiben Ja, so nicht Das Jahrhundert Macht das Spass Ich liebe diese Landschaften Natürlich mag ich's gerne mit Felsen und Karg Aber diese weichen Hügel Landwirtschaft Die verschiedensten Farben der Felder Oh, ist schon einfach geil Mag ich extrem Ja So schön Leider ist die Sicht ein bisschen neblig Wir müssen diese Na, viel Verkehr hier Ich bin jetzt gar mal dabei die Reichweite auszuchecken Ich hätte da wahrscheinlich doch im Dorf vorher mal tanken sollen Jetzt weiss ich nicht Man sagte mir, die macht etwa 80 Kilometer auf Reserve Ich hoffe mal das kommt hin Aber ich geh jetzt mal davon aus dass ich dann eben dann irgendwann mal eine Hauptstrasse mit Tankstellen wehren werde Binbeker Eiszert Schon sehr geil Jetzt habe ich schon über 30 Kilometer also knapp 40 auf Reserve Langsam, langsam hoffe ich dass ich wieder in die Nähe der Zivilisation komme bei der Zivilisation mit Böden Wir haben ein paar Mal mit Böden bis zum Teil des Böden Wir haben ein paar Mal bis zum Teil mit Böden Wir haben ein paar Mal bis zum Teil In der Zivilisation mit Böden Aber in der Zivilisation Jetzt werde ich dann doch langsam nervös. Eieieieiei. Jetzt habe ich dann schon 50 Kilometer auf Reserve. Das war jetzt doch echt scheisse. Da hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, so lange neben der Zivilisation vorbei zu fahren. Hm. Da werde ich mal Doktor Google fragen. Ha, wie weit das noch ist. So, wenn Doktor Google recht hat, dann gibt es den Malagas Petrol. Oi, der ist aber hübsch. Ach so, und dann geht es noch auf eine Fähre. Ein Ponton. Das ist ja geil. Hi, they got petrol here. Yeah, yeah, great. I need really. So, da hatte ich ja mal noch Glück. Gibt es hier Benzin. Jetzt geht es ab aufs Wasser. Yamaha kann auch Wasser. Oh, das ist besser. Ja, das ist besser. Oh, das ist besser. Geil, geil, geil Unendliche Weiten mit Kornfeldern Über 100 Kilometer bin ich nicht mehr durch den Dorf gekommen Einig da, wo ich die Tankstellen verpasst hatte, so 30 Kilometer nach dem Start Seit daher bin ich nie mehr durch den Dorf gefahren So, wie mir scheint, komme ich jetzt langsam wieder in die Nähe der Zivilisation zu einer Hartstrasse da vorne Riverdale Ich habe jetzt Riverdale passiert, bin da durch, es ist ein speziell, eher hübscher Ort, rausgeputzt Und jetzt geht es hoch auf den Garcias Pass, es geht wieder rein in die Berge Ich muss sagen, die Yamaha XT 1200Z macht mir echt Spass Im Sportmoor hat sie eine gewisse Aggressivität, aber ist einfach immer souverän Ich war jetzt irgendwo nie am Limit, hatte nie das Gefühl, ich hatte sie nicht im Griff vom Gewicht her oder so Das ist schon speziell, ich bin jetzt auf 500 Meter über dem Meer Weil es sieht aus wie bei uns in den Alpen an der Baumgrenze Knapp 2000 Meter Schon sehr speziell Wunderschön, wunderschön Auch bei diesem Wetter ist es auch ein ganz anderes Fahren, das ist... Juhu! Jetzt bin ich von der R3 23 rechts abgebogen, Richtung Herbertsdale oder sowas Mein Navi sagt mir, das sind noch 72 Kilometer bis ins Ziel Und ich denke jetzt mal, diese 72 Kilometer, die werden genau so bleiben Jetzt haben wir hier eine 30er Zoo, ne? Die leicht zu befahrende Piste entlang dieser Hügelkette versetzte mich in einen wunderbaren Flow So, dass ich den Abzweiger zu Bonnydale Holiday Forum tatsächlich verpasste Allerdings war dieser auch gut getarnt als Zufahrer zu einer Farm und zudem mit einem Gatter versehen Leider liessen mich wieder zwei von drei GoPros im Stich und dies ausgerechnet beim anspruchsvollsten Teil meiner ganzen bisherigen Reise Ich hoffe mit dieser einzigen Einstellung trotzdem etwas wiedergeben zu können Denn vieles erinnerte mich an die Herausforderungen der Westalpen Da waren einige sehr steile, ausgewaschene Rampen und zudem versperrten mehrere Weidezäune den schmalen Weg Der Rest muss noch ein Stierkopf einlassen, Jungs Ganz im raakten Zufahrer Ganz im raakten Zufahrer Ich bin dazu bereit, seine Zufahrer Und dann zu einem Wied oder in der Halle Sinaf die Zufahrer Musik Musik Bye! Guten Morgen von der Bunnydale Holiday Farm. Das ist doch die arke Zufahrt. Ich war gestern leider auf Kriegsfuß mit den Kameras. Die haben nicht immer alles aufgenommen. Deshalb fahre ich jetzt, um einen kleinen Eindruck zu bekommen, von der Piste hier hoch, fahre ich nochmal zwei Kilometer zurück. Weil das war doch echt harte Arbeit zwischendurch. Sehr, sehr steile, zum Teil recht ausgewaschene Rampen. Vom Regen der Tage davor. Nico von der Form hat mir erklärt, dass das früher zwei Jahrhunderte der einzige Weg war, wo der ganze Verkehr rüber ging, von der Küste ins Landesinnere. Und zwar werden die da einfach mal den Elefantentrampelpfaden gefolgt, weil die Elefanten nicht so gut steil hoch und runter können. Nehmen sich die den einfachsten Weg und haben quasi den Weg geebnet so. So, jetzt zeige ich nochmal die Anfahrt. Beim Abendlicht gestern gab es doch nochmal einiges mehr her. Und jetzt einfach mal die Anfahrt. Die ist nämlich auch recht hübsch, wenn man da die Farm zum ersten Mal sieht mit dem See. Viel Spass. Ich muss sagen, ich war gestern richtig begeistert von der 1200er XTZ. Die macht das echt so souverän. Total unterbewertet, unter Wert geschlagen. Nico von der Farm meinte, da wären letztens mal 140 Biker hier gewesen. Die hätten dann auch den ganzen Weg hier gewagt. 14 hätten sich auf die Schnauze gelegt, allesamt KTM-Fahrer. Was will uns das sagen? Wahrscheinlich waren die einfach ein bisschen wilder unterwegs. Ich interpretiere das mal so. Guck an, guck an. Die Bunnydale Holiday Farm. Ja, gestern Abend machte das noch einiges mehr her im Abendlicht. Aber es ist schon hübsch. Und diese Steigung oder dieses Gefälle, Etwa so hat das ausgesehen. Einfach nochmal eine Stufe grober, so mit Auswaschungen und so. Ein wunderbares Stück Erde hier. Super schön. Also eigentlich möchte man da gerne ein bisschen länger bleiben. Der gute alte Hengst hat über 40 Jahre auf seinen Hufen. So, die Bunnydale Holiday Farm. Ich habe mich super wohl gefühlt. Goodbye. Ja, also diese Strecke ist bedeutend einfacher zu fahren. Da ist die andere Zufahrt. Ich gehe mit ihr und drei Pfeift. Ich gehe mit ihr. Das war die Dage. Möge. Ja, auch die Haufen. Ich gehe mit ihr. Musik So, da haben wir eine ganze Familie von Pavianen, das heisst nicht, wie die sich verhalten, wenn ich da langfahre. Die warten wohl nicht verscheucht hier. Musik Im Regen möchte ich jetzt nicht langfahren, echt nicht. Da waren vorhin auch mal ein paar richtig tiefe Spuren. Mal wieder ein bisschen Aussicht nach dieser längeren Waldpassage. Da war also die andere Anfahrt zur Bonnydale Farm doch viel, viel spannender, muss ich sagen. Dieses Stück war jetzt nicht so berauschend. Musik So, da scheine ich doch jetzt nun auf einer Hauptstrasse zu sein. Musik Aber richtig steil. Mal einen Gang zurückschalten. Sandig, echt weich. Noch mal einen Gang weniger. Musik Er ist wild hier. Mit Wasser. Okay. Okay. Very nice. Musik 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 Okay. Outenica Pass. Das macht mal wieder Spaß, ein paar Kurven zu fletzen. Super, super Landschaft. Hoch über George jetzt. Ich werde da mal kurz auf die andere Seite dieser Berge fahren. Und dann ein Stück östlich. Und dann wieder quasi über diesen Pass. Also er heisst dann Montago Pass. Das ist dann da drüben. Da komme ich dann am selben Ort wieder raus. Das ist so wie ein Dreieck, das ich jetzt fahre. Ich bin nun auf der Anfahrt zum Montago Pass. Der führt rüber nach George. Ich habe noch wahrscheinlich 30 Kilometer Restbenzin. Das müsste gerade noch so aufgehen. Man hat mir gesagt, es hätte eine Tankstelle hier in Harold. Habe jetzt aber keine gesehen. So wie mir scheint, ist das ja nicht wirklich ein hoher Pass. Oder geht dann eher weiter runter Richtung George, Richtung Meer. Das ist schon die Passhöhne. War ja kein Pass. Scheint mir aber. So, weiter gehts. So, da drüben die Autenica Passstrasse, die Schnellstrasse. Und hier der Montago Pass. Der gefällt mir ja schon viel, viel besser. Echt ein hübsches Stückchen hier. Man sieht auch immer wieder verrückte Eisenbahnstrecken. Aber ich habe noch nie einen Zug gesehen jetzt in Südafrika. Sie sehen nicht mehr wirklich befahren aus. Das ist aber echt hübsch, ey. Das ist ja schön mit den Blumen. Das gefällt mir ja unglaublich so schön. Nicht bloß so eine Autobahn, eine flache Piste, sondern eher auch mal was Groberes. Ja, genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Highlight des Tages. Die Stadt git wochen sich? Unless homeless Mm. Die Stadt, wo wir haben Linchen, auf einmal das eine Franz Karte, wo wir leben. Flämpe seine Flanzen, wir können uns in der Rot-Ölöppen verläsert. In diesen Frauen Denkloch zu machen. Es ist super ermittelt. Jochen München, wir haben das Fräch Cin kindly. Die Sz Appest Correct. Die, die die Natalie være glOTT und verkligheten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020